Guck mal, wie etwas stippet ist. Könnten wir auch nicht mehr mit Schuh stellen. Ja, stelle ich stehen. Du sagst heute T-Shirt auf jeden Fall. Ja, zwei Hochschuhe an. Ja, ja, ja. Zimmer. Zimmer, aber so viel. Die Leute sind wirklich sehr frisch gelaufen. Ja, ja. Geile Schuhe. Ja, gut Musik.